Guck mal, du kannst das Ding auch wegziehen, ne? Ja. Ich geh jetzt hier durch. Vielleicht nicht über die Seide stolpere. Aber ich muss sagen, der Dings ist relativ krass geworden. Also, äh, äh, brauchbar. Jetzt hör doch mal auf... Oh, oh Gott! Wo bin ich denn hier gespawnt? Okay, da war zurück. Ich wusste mal ein neues von. Da war kein Checkpoint an der Stelle. Ach, der Checkpoint sind diese leuchtenden Dinger jetzt hier. Das sind die? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, okay. Da schon wieder! Pfeile, die random gespawnt sind. Ich hab doch gerade selber einen geschossen. Ich hab's so gemacht. Ach, das ist deiner. Ja, ich hab's so. Siehste, hier. Wir sind beide das Neuer. Wir sehen, wie weit wir schwingen können. Mal sehen, ob ich das schaffe. Boah. Oh nein! Die zieht nicht hoch genug. Ich wollte deinen Scheiß sein am Schießen. Tja, ha, 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 ha. Oh, oh Gott, ey. Was macht die denn für Moves jetzt neuerdings an den Wänden? Nein, nein, da trau ich mich nicht. Wie häng ich denn da? Das find ich auch grad seltsam. Warte mal. Hä? Wo ist jetzt? Ah, okay. Ich hab's jetzt eingesehen. Ja, bei mir Baktas. Ja, bei jedem Baktas. Wow! Weil du hier in Bagdad lebst. Ach, der war so scheiß. Ey, ich hab richtig gute Laune jetzt, möchte ich sagen. Ja, weil du im Bagdad, alter Schwede. Ach, sei ruhig. Wie machen wir das jetzt hier? Oh, oh, wir sind... Moment. Hä? Was hab ich... Ich hab tausend Seide gespawnt. Ja, ich auch. Aber warte, wieso haben hier so viele? Hier ist noch ein Ring. Ja, du musst das hier dran machen. Guck mal, du kannst... Warte mal. Kann man eigentlich... Warte. Lass doch los, Säuer. Oh, wie viele Seile hab ich? Guck mal hier. Guck mal, ich kann so machen. Wupp. Wie viele Seile ich hab? Jetzt hab ich mich erstmal hier verabschiedet. Siehst du mich? Yeah. Ist das Stil? Kann ich mich jetzt auch wieder hochziehen? Oh yeah! Oh snap, das sieht geil aus. So, warte mal, wo bist du? Ja, aber ich werd die ganze Zeit nur teleportiert bei dir, ne? Warte, kriegen wir das Ding... Mach einfach so, ziehen, zusammen. Ich zieh doch. Ja, ich... Sie sind meine Kraft, ne? Das hab ich nicht gecheckt, wie es hier geht. Also ich hab schon geschafft, aber es war Zufall. Warte, 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 warte. Einfach... Die Tür? Ja, ist doch nicht schwer. Ja, halt die mal auf. So, und jetzt? Warte, warte, ah, ich glaub... Warte, warte mal. Lass mich mal kurz... Ach, warte, ich hab noch das Zeit. Warte, mach so, mach so, mach so. Ah ja, genau, länger. Was war ich da? Was? Guck, du musst das rum... Ja, komm. Nein, das hab ich schon probiert, das geht nicht. Nein? Warte, 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 warte. Oh, oh, Wunder, oh, Wunder. Man kann das an dem selben Haken wieder ran machen. Zombie, du bist ja... Mindfuck, Junge. Du bist kein... Das hab ich ja nie gesagt. Nee. Du bist du schwerer Rätsel in 2 und 3. Um es mit Scooters Wort zu sagen, Sinking out of the box. Alter. Schieß den! Schieß den! Er 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 schieß den! Guck, doch, doch, doch! Ah, der Noob! Das warst du! Ja, 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 das war jetzt. Du bist Player 1. Du kannst dich nichtmals halten! Schweb doch, was siehst du doch? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Oh Gott! Alter, hier! Ohhhh! Rampax! Buffalo! Soldier! Redlocked Rustler! Die Seile sind immer bei mir! Bei mir sind immer noch da! Was? Ich seh keine Seile! Mach mal ein Spielzeug auf! Bei mir sind die mitten durch den Bildschirm, die Seile! Ey, guck dir mal die Augen von dem an! Geh mal ganz nahe nach vorne! Warte, warte, warte! Geh mal nach hinten, dann kannst du dir die Augen von dem angucken! Was? Jetzt hör doch auf, das... Ach, warte mal, kurz! Das Ding muss hier erstmal nach weg! So! Jetzt guck dir die ganze Zeit nach hinten! Guck mal, meine Augen! Äh, die sind relativ, warte mal! Sehe ich die so besser? Muss man ein bisschen nach hinten gehen, sonst geht der nach vorne! Warte, ey, 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 ey! Ey, 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 die das Ding mal hier hin! Und guck dann so nach oben! Und dann kann ich mich ordentlich hinstellen! Da ist voll den Schatten im Gesicht. Ja, nehm du mal das Ding. Ach, ist jetzt egal. Buffalo Soldier, Jetlock Raster. Guck mal, wir haben schon 100 von 150, ja? Hast du das gesehen? Bunny Hub hier. So? Geht voll gut, ne? Ich wette, hier oben ist es auch noch. Warte, müssen wir uns dann... Ne, da musst du die Kiste ein bisschen verschieben. Ah. Das ist voll komisch, da drauf zu springen im 3D. Was machst du? Ich bin schon oben. Ich hab das Level bisher noch nicht gespielt, Entschuldigung, wenn ich erkund... Hey. Siehste, ich bin jetzt der King of the... Of the... Of the... Treehouse, ja? Ah, ich werd gleich wieder teleportiert, wenn du schon wieder so weit vorrennst. Warte, können wir eigentlich... Wurstikokosnauss, Wurstikokosnauss. Wer hat die Kokosnauss geklaut? Die Affen ziehen durch den Wald. Der eine macht den anderen kann. Der ganze Affen wie man brüllt. Wurstikokosnauss, Wurstikokosnauss, Wer hat die Kokosnauss geklaut? Wurstikokosnauss, Wurstikokosnauss, Wer hat die Kokosnauss geklaut? Ich sehe aber keine Kokosnauss. Die Affentante, Affentante, die Affen... Ich kenne den Text nicht mehr. Was war eigentlich noch mal die Quintessenz von dem Lied? Am Ende war doch irgendwie das Kind? Ah ja, sie hat die Kokosnuss! Sie hat die Kokosnuss! Das war doch Kind, oder? Oh, Schmeinfuck, du kannst dich auch nicht hier drauf stellen. Geil. Mit elf Bronzekissen. Du kannst sie werfen. Wo? Wo werfen? Auf linke Maustasse. Beziehungsweise richtig stark fallen lassen. Warte. So, das ist dieses Werfen, meinst du? Einfach so. Hast du das gerade gesehen bei mir? Ja, warte. Warte. Was machst du da? Nein, so nicht. Du musst sie nach unten, so, zack. Mit dem Controller geht das glaube ich nicht ordentlich. Maus ganz schnell, oder Controller ganz schnell nach unten. Oder rechte, linke Maustasse. Warte. Ah Gott, jetzt nass doch mal den. So, warte. Hä, wo ist das denn? Ah! Wow! Abgehoben. Was? Warte, können wir uns eigentlich gegenseitig wieder hochgehen? Warte, kann ich... Ja, was wäre ich mal? Ich spring drauf. Wow. Ne, ich kann... Nein! Warte, kann ich mich hier eigentlich ertränken? Ey, ich kann mich da... Oh, geil. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Wie weit kann ich denn nicht rausschwimmen? Warte, lass mich auch probieren. Ey, cool, man kann sogar weinen, man schwimmen kann man nach... Nein! Oho! Nächster, sprich! Das sind Haie! Nein! Wieso ist das ein Hai? Nein, aber ich bin gestorben. Mach mir doch keinen Stress, ey. So, warte mal. Ich glaube, wenn ich hierhin renne, kommt der Checkpoint. Wo war... Wo war die... Irgendwie rennst du denn da so? Oho! 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 Ich kann sie... Oho! Oho! Man kann es einfach selbst wegkicken mit dem Zeug. Okay. Ich habe gerade wieder keinen Unupfaden von links und rechts geschossen. Guck, ihr könnt's einfach so machen. Wow. Weil wir schon so lustige Lieder gesungen haben jetzt. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Yar har fiddle lady is being a pirate is already free. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Yar har fiddle lady. Being a pirate is already free. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. I want a pirate. I want a pirate. I want a pirate. We are a pirate. You are a pirate. Ich sehe schon, du bist genauso textlicher wie ich. Wo bin ich? Wir sind die Tiere und ich hab'n tot, die tutsch, das O'Hau. Ja, hast du was? Was hab' ich? So zweifel ich auch wenn dein Arthur euchchen ... Was? Wobei, in der letzten Aufnahme hat sie die doch nicht gehabt. Hattest du die doch? Ne, n-er. Warte mal, in der Battle Block vierte? In der letzten... Ja, ne, warte, da hatte ich die, und in der davor hattest du die... Augen. Oh, Specialman kann sogar hier rein. Ja, da waren noch drei Violen drin. Hast du alle Angst? Ja. Oh, 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 zwei K... Machst meinen ganzen Plan kaputt! Du hast meine Kisten weggekickt, du Arsch! Das brauchen wir auch nicht. M-hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmh Wie stell du meins? Die ist richtig verwirrend. Willst du du machst einfach... Wart mal. Du machst so? Ob du das Ding weggeflob... UGHHHH! Das ist falsch! Ich hab mich... Ey! Ich hab mich gehalten. Du kannst doch nicht einschätzen, wo die Kiste ist. Ey, ich hab's aber noch hinbekommen, okay? Du kannst einfach Kisten spawnen. Ja, scheiße! Einfach... Junge! Bring mich um! Die Kiste, wow! Es ist dein One-Way-Ticket! Oh, hier ist auch noch eine Viole. Nein! Aber hier ist noch eine Viole! Jommi, warte, ich komme. Jommi, kennst du noch diese wunderschöne Brücke von dem Troll? Ja, ja. Ich muss jetzt gerade auf dich vertrauen, deswegen. Hey, ist noch eine Kiste? Armschützer gefunden? Guck mal, ich bin so ein Fan! Du! Ey, Tommi! Hey, Tommi! Hey, Tommi! Was? Die Freunde, das waren einfach noch die Türen beabsichtigt! Vem, mach nochmal die Brücke! Ich kann dich nicht mal hochheben! Mach einfach! Bist doch ne Pussy! Pussy bin ich! Kannst eigentlich das Ding? Was machst du? Ey! Ja, schubst du's runter! Echt, dass der runtergefallen ist? Ich dachte, das wär's du! Ach, langweilig. Also, kannst du eigentlich das Ding auch in den Boden smashen? So mit deinem komischen Schießen? Versuch doch mal! Ja, ich kann... Ich kann's eh nicht! Ja, dann lass doch los! Ne, geht nicht! Ja, warte! Ich hab jetzt losgerissen! Lass doch mal los! Ja, ich mach... Ja, kann nicht so halbwegs. Ja, so ein bisschen. Oh, die Pflanzen bewegen sich, wenn man da drauf springt. Die bessere Grafik! Die Pflanzen bewegen sich! Ah! Mach nochmal! Was? Ah! Jetzt hab ich verstanden, wie man die Dinger überhaupt ordentlich in 3D bewegt! Okay! Cool, eh! Ja, bei mir mit RT! Und dann machst du jetzt einmal so? Hä? Da hinten ist nix offen! Ne, das... Ne! Ne, das ist doch nix! Das ist jetzt mal hoch! Meine Nase lutscht! Look! Was an der Nase lutscht! Look! 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 Wer... Wer lutscht? Ich... Meine Nase... Du lutscht! Meine Nase... Du lutscht! Du lutscht deine Nase! Ich hab heute Holländer gefrühstückt! Du lutscht deine Nase! Alter, Holländer! Ich hab heute Holländer gefrühstückt! Habe ich einen Schiklorn gefrühstückt! Warte! 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 Hier unten sind noch ganz viele... Da oben war noch nicht viel! Ja, du kommst da noch hoch... Okay, okay, jetzt... Jetzt hoch! Oh, hier geht's nicht lang! Nee, warte, kann man, kann man eigentlich It's your one-way ticket to Müssen wir da entlang? Warte, warte, lass das so, lass das so, lass das so, lass das so Lass das so, lass das so, lass das so Ja Ich will hier Ich sehe nicht, was du machst, ich höre nur ein Ich komme nicht hoch Du kriegst auch keinen hoch Jetzt aber Nein, da geht's nicht rein Das ist natürlich traurig Nein Jetzt ist gerechte Woche Ich hab's nicht geschafft Du kriegst ja nichts, denn du hast ja nicht mehr so einen hoch bekommen Ja, guck mal, wie kribbel, wie Ich sehe es Du mal runter, tu mal runter Ich kann nicht Du warst versaut, oder was? Mach jetzt mal meine Genau, mach jetzt mal Jo Oh, lass direkt raus So, wie kommen wir Jetzt du mal die Kiste da raus Mach einmal Da raus So, und jetzt lass mich da rein Mach mal runter Kommst du noch raus? Ja, warte, warte, warte Jetzt nach oben Warte, 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 warte Du Man, jetzt schaffst du das Ding hier weg Ey, Alter, auf zu blocken So, jetzt lass uns hier So, jetzt machst du so Und dann einmal Ne, warte, Moment Das war richtig Ja, warte, ich muss selber Das war richtig Nein, nein, jetzt lass das da hoch Nein Ich muss da selber noch hoch Warte, jetzt Warte, sieg runter Warte, sieg runter Ja, mach ich Warte Du kriegst es nicht hin, ne? Doch, warte So, jetzt Hilf mir hoch Bin ich eigentlich jetzt drin in dem Fall? Ja, bin ich, okay So, okay, jetzt, jetzt Warte Jetzt muss das andere nochmal Da rein Jetzt mit dem Smash Schwerstes Rätsel in 2-3 Mach mit dem Smash Mach mit dem Smash Was machst du denn da? Mach mit dem Smash Wow Magnificent Magnificent Der wirkt jetzt zum Eminem Du musst mal gucken Wenn der Schwein jetzt hier um die Ecke kommt Wird der zum Eminem So Nein, 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 nein Der guckt, als ob der gerade Einen durchgekippt hat Sorry, Mama Danke Ich habe nie mehr Ich habe nie mehr Ich habe nie mehr Böse, der guckt Oh, all die marvellousen Abenteuer Wenn du hier über Business Ich bin sorry Aber ich kann dich nicht Ich kann dich Ihr seht Das ist die erste Mal, ich habe mit meiner Familie Ich habe gar nicht Das gestartet Er hat noch weitergeredet Während nichts passiert ist Oh, lecker Kannst du ein bisschen warten? Ich muss trotzdem Das Schiebe zu ihrer Familie Oh, euer Timing ist extrem Inkonvenient Well, drat It was not unusual That our three heroes Would be whisked away At a moment's notice For with great power Came also great responsibility The artifact of soul Had arcane powers Of resurrection Making our three heroes Immortal And capable of great deeds And adventures Sometimes Whether the heroes Wanted these adventures Or not You see When we are together The artifact Contains our real selves And our So 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 Für einen kleinen Teaser reicht es. Nach Battle Vlog würden wir dann weiter machen, würde ich sagen. Und dann mit Vamp. Ich bin überrascht, dass kein Busschen kam in der halben Stunde. Aber umso erfreulicher, das ist nicht passiert. Ja, heute kam auch das erste Update. Ja, da hat auch noch Dings, da war Optimization noch Technik. Das ist mir auch aufgefallen. Ja gut, jedenfalls hoffen wir... Euch hat Schwein gefallen. Wir hatten jedenfalls schon mal jetzt unseren Spaß allein in diesem Intro schauen, ne? Oder? Ja, und ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn wir das euch noch zeigen können mit Vamp. Am besten zusammen. Das wird dann auf jeden Fall nach Battle Vlog kommen, da haben wir ja auch nur noch ein Kapitel. Das müssen wir dann jetzt am Wochenende sprechen. Können wir gleich jetzt auch direkt mal haben. Ja, wir haben, warte mal, halb zehn. Obwohl, ne. Das will ich nicht riskieren, morgen mit der Abi-Klausur, ne. Ich würde das lieber am Wochenende machen, wenn du jetzt irgendwie am Sonntag oder, keine Ahnung, wenn du nächste Woche Zeit hast, weil ich bin ja eh die ganze Woche da. Ja, das Wochenende wird bei mir durchgesoffen. Ich weiß nicht, ob es bei dir aus Freude ist oder aus Trauer. Aus Freude, Junge. Ja, ich meine, du hast jetzt den Silvester verlängert, nachdem du dreimal verschissen hast, oder zweimal, ne? Zweimal habe ich verschissen und dritten habe ich mich verstanden. Ja. Hätte ich jetzt nochmal verschissen, dann wäre ich rausgeflogen. Deswegen, es ist doch eigentlich traurig, oder nicht? Wieso? Ich meine, du hast jetzt mal länger verstanden, aber... War das eigentlich die einzige Klausur, die du vom... War das nochmal Statistik, ne? Oder was war das? Statistik. Statistik, stimmt. Die du schreiben musst, oder musst du noch eine schreiben, nächstes Semester, oder was weiß ich was. Ich glaube, die ganze Zeit, glaube ich, es ist jetzt eine aus dem ersten gewesen und jetzt habe ich den Bestand. Ja gut, hoffen wir mal, dass es nicht noch irgendwelche Weiterentschwerden gibt. Na ja, geil. Jedenfalls, darüber reden wir dann wahrscheinlich aufs Screen noch ein bisschen. Yo! Und dann würde ich sagen, das nächste Mal machen wir dann bei Shrine 3 weiter, wenn Wampax mit dabei ist und BattleBlock Theater zu Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war jetzt so ein bisschen Teaser-Video. Ich hoffe, ihr seid ganz gespannt, wie wir darauf weiterspielen zu können. Wir werden noch ein Let's Show dazwischen reinhauen, wenn du Geld hast, damit du weißt, wovon ich rede. Ja, das wird hoffentlich dann auch nochmal ein bisschen spaßig werden. Ich kann mir jetzt eine gute Schreiorgie von dir vorstellen, die natürlich etwas in der Situation haben. Gibt's noch ein extra Special von mir. Genau. Und ihr könnt euch auf jeden Fall echt auf meinem Kanal über einiges freuen, was in Zukunft kommen wird. Das wird richtig spaßig werden. Und wenn wir noch mal einen dritten Vorschlag durchziehen würden, dann packst du die 100.000 Abonnenten. Ja, aber der dritte Vorschlag, der ist ja dann wirklich schon so ein riesiges Special. Das eine ist ja eigentlich nur so ein Let's Show, was eh schon geplant ist. Und das eine ist ja so ein richtiges Special, was wir da vorhaben. Ja. Na gut, aber dafür müssen wir... das Equipment hast du ja dafür und dann... Dafür muss viel Alkohol gekauft werden, das sag ich jetzt schon. Wenn du die Kontrolle hast, wann wir dann trinken sollen, dann ja. Na gut, jedenfalls... Hört ihr dann davon, wenn ihr es im Abonnentenbox, in der Abo-Box oder wie es heißt, keine Ahnung, das seht. Jedenfalls wird's Trine nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis es fortgeführt wird. Und dann sagen wir erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal bei Trine 3, The Artifacts of Power in der Early Access Phase. Vielleicht ist es ja auch bis Battlelog draus und dann fertig ist noch mal ein bisschen weiter optimiert. Wir hoffen. Gut, also, das war's von mir und Zombie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Musik